Die Entscheidung ist aber, dass er zurückgekommen wollte, dass er für den FC Zürich spielen wollte und dass er bleiben wollte. Ich glaube, das kommt alles von ihm persönlich aus und ich mag ihm das von Herzen gönnen. Und das ist für die Mannschaft enorm wichtig. Er zeigt es jedem Spiel, wenn er da ist. Er zeigt es aber auch neben dem Platz und sonst allgemein auch für die Mannschaft. Und das ist natürlich... Und alles miteinander gibt ihm einfach die Leistung, die wir heute gesehen haben. Christoph Spiecher ist wieder bei uns. Er war auch ganz begeistert von der Darbeutung von Davide Giumiento. Das ist der eine, aber der Giumiento blüht ja auch so richtig auf.